It's you and I Das ist krass, das Schwert Alter Oh, hier haben wir bloß zwei Queues Okay Ich muss erst mal mit dem Schwert noch richtig kämpfen hier Gut, aber erst mal Konstantin Na klar, Finder Ja 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 Ich glaube, wir können uns sicher sein Also Fakt ist, glaube ich, dass er nichts Böses ihm antut Ja Okay Okay, dann folgen wir mal den Spuren Ich würde sagen, wird uns angezeigt, wo die Spuren sind, weil, ehrlich gesagt, sehen tue ich keine Der Pfad sah schon immer so aus Vielleicht die sehe ich Die Leute, die weg waren, haben hierher flogen Strahl Strahl Diese Waffen seien halb kaltiert Sie sehen, als ob sie zu enormen Wärten waren Diese Waffen sind in schrecklichen Kondition Diese Waffen sind in schrecklichen Kondition Was haben diese Waffen gegen diese Waffen gekommen? Warum kann ich die Waffe nicht mitnehmen? Boah Rockt schon Ein Schwert Ey, es kann ja nicht sein, dass wir von Tieren so besiegt werden Okay, die sind stark Okay, die sind stark Die sind stark Aber was mit dem Da sind die Konditionen Aber was mit dem Da sind die Konditionen Nur ein paar haben es hier Der Weg stoppt auf diesem Überhang Und, obwohl die Szenen von der Erde Ich kann keine Szenen von Konstantin oder Katazak sehen Wie gesagt, das Stück, wo wir bisher noch nicht hinkamen Deswegen auch der ganze Sprengstoff Das war doch mit, äh Stein blockiert, glaube ich Das würde erklären, mit dem ganzen Sprengstoff zumindest Oh Oh Hey Okay Okay, die nehmen wir nicht mit Aber den Brief According to this note This troupe came from an outpost of the Bridge Alliance close by A patrol, no doubt Could the bridge be in some way linked to this attack? That makes no sense Very well Let's sum things up Konstantin and Katazak definitely came through here to perform some sort of ritual But they were attacked An attack obviously involving wild animals And then there are these traces of inexplicable flames Could it be magic? You cannot suspect my people are behind this attack You have strayed far from the path No one would have attacked Katazak Unless He himself was behind it He is a powerful Donegad The beasts obey him How could you even think something like that? He is a healer He brought comfort to your cousin Vielleicht hat er nur das gemacht, um unsere Vertrauen zu gewinnen. Mit Konstantin in den Kaffee, er kann nun verwendet werden, um die Kolonisten zu den Kolonisten zu ermöglichen, um ihn zu akzeptieren. Aber in all der Wahrheit, ich habe keine Ahnung, was zu denken. Regardless von jemandem ist, ich muss meinen Kaffee finden. Vielleicht können wir zurückkommen zu Wenchevier, um zu lernen mehr zu lernen. Katazak vielleicht hat sich zurückgekehrt. His Voglandeig vielleicht kann uns sagen, wo wir ihn finden können. Wir werden auch müssen die Outpost besitzen. Their Soldaten partei in den Kampf, oder zumindest die Ende des Endes. They must have some stories to tell us. I doubt that the Alliance would have decided to openly attack their ally. Don't forget that they hold their continued presence on the island to you. And thanks to you too. But their men were there on the cliff. And Konstantin is no longer among us. Maybe those men are still loyal to the preceding commander. However, one way or another, Konstantin is in danger. Let us be on our way without further delay. Ja, also ich bin immer noch der Meinung, die haben damit nichts zu tun. Aber da sollen wir jetzt hin. Das heißt, wir gehen immer fein links. Den Weg zurück. Weil auf jeden Fall ist der Außenposten erstmal das erste, was ich haben will. Weil das Stück der Map auch noch nicht erkundet ist. Deswegen muss das erstmal sein. Also ich glaube nicht, dass er es war. Dafür schätze ich ihn als zu ehrlich ein. Mal gucken, ob wir uns täuschen. Ob ich mich täusche. Wir haben aber auch einen Aggro-Radius. Cool ist, dass dieses Schwert auch immer kurz betäubt. Haben wir alle? Haben wir alle. Weiter. Da oben habe ich meine schöne Rüstung gefunden. So. Mal gucken. Haben sie den Weg jetzt freigesprengt, dass wir da durchkommen? Da ist was zum Sammeln. Auch wenn ich keine Tränke brauche. Jawohl. Der Weg war früher nämlich blockiert hier. Okay Leute. Das heißt, wir begeben uns in ein neues Gebiet. Wir könnten straight rein. Das machen wir natürlich nicht. Was war das? Ah, okay. Sieht aus wie so ein Beobachtungsplatz. Mal gucken, was wir da drin haben. Hallo. Oh. 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 Colonials. You must have gotten lost of come this far from nowhere. To whom do I owe the honor? De Sardé. I am Legate of the Congregation of Merchants on this Island. A Legate? Here? Pardon my dismay. But we don't get many official sorts around here. Captain Idris. I am the ranking officer in charge of this Bridge Alliance Outpost. What can I do for you, milady? So, weißt du denn was über Konstantin? I am looking for Konstantin d'Orsay. The Island Governor of the Congregation of Merchants. A Governor? Here? Whatever would he be doing in this rat hole? My cousin was part of an expedition in this region. His men and his camp were attacked. They nearly all died. But we found no trace of his body. Which has us hoping that he may still be alive. Wounded and holding up somewhere. Or even captured. Have you cast your suspicions in our direction? I hope this is a joke. We've had neither reinforcements nor supplies for weeks. In my book, we've been totally forgotten. I wouldn't risk the few lives remaining to attack a governor's camp. I'm not crazy. I'm truly sorry for your cousin excellency. But we haven't seen him. And we definitely haven't kidnapped him. The region is dangerous. The natives are heartless. You should be looking in their direction. You do know that we found the bodies of several men from the garrison up there, don't you? How could you be sure? One of them was carrying a note. Signed by your hand. And they are dead. I had hoped they'd have survived and would eventually return. Explain yourself, Captain. What were your men doing on the clifftop? They were monitoring the zone. They were to warn us of any troop movements. We have lost too many men to surprise attacks. We decided to take initiative and be ready. Yesterday, we heard screams and saw some strange lights up there. But I was hoping. And you didn't go and see for yourself. You hear screams, certainly those of your own men. And you don't do anything. So the last of my men give up their lives for nothing as well. You can think of me as a coward if you like. But me, I'm taking no more unnecessary risks. Why do I have the feeling that you're holding something back from me? Ähm, wir machen erst mal darauf bestehen. I understand what you're feeling. The pain of seeing your men fall one after the other. The feeling of being abandoned by your leaders. The anger. But if you know anything, speak. My cousin is not one of them. I don't know what to tell you, Excellency. I haven't stepped a foot outside camp. I can see how difficult your present situation has become. I'm certain you haven't been paid either for quite some time. I cannot solve all of your problems. But what would you say if I took care of that one at least? A little gold would certainly improve the morale of my men. One of the men I posted there returned during the night. A survivor. Excellent. Did he tell you what happened? He wasn't able to say a word. He collapsed unconscious two steps past the doorway. Our nurse sits with him, but... There is little hope that he will come back to himself. His wounds are extremely serious. He's just refusing to die. I am sorry to hear that, Captain. Perhaps we could do something for him. Go and see the nurse. Perhaps you can do something to help the poor boy. I can't take it anymore. To lose another man. Anything else? Nein, danke. I need to go. I would very much like to do the same. Safe journey, Your Excellency. Okay, what do we have here? Missionen. Missionen. Reisende, seid auf der Hut. Es wurden Verbrecher beobachtet, die um die Wasserquelle im Osten herumstreunern. Ihr Lager ist sicherlich in der Nähe. Da empfehlen wir dringend, diese Gegend zu meiden. Das sei denn, ihr seid schwer bewaffnet. Okay. Und vermisst das Speer. Einer unserer Speer. Okay. Und ein Speer-Finn. Naja, der wird tot sein. Okay, was haben wir hier schönes? Verdammt, Mann. Warum nur ein Werktisch? Warum kann denn hier nicht mal... ...irgendwie ein Laden sein oder so? Wo ich nochmal ein bisschen coole Sachen kriege. Guck grad mal hier rum, ob hier noch irgendwo... ...eine versteckte Kiste oder sowas ist. Hm. Sieht sehr leergebombt hier aus, dieses ganze Lager. Okay. Gucken wir doch mal da rein. Uh. Da sollen wir rein. Wir wollen uns aber erst nochmal... ...ein bisschen umgucken. Also das nehm ich doch hier mit. Sowas ist doch... ...ein geschenkter Platz für ein Versteck. Dead End. Guck mal da hoch. Ne. Hier ist gar nichts. Nicht mal ne Eisenader oder sowas. Traurig. Einfach nur traurig. Kein Blut für mich. Okay. Weiter, geiter. So. Wo ist denn mein guter... Ei, ei, ei. Was hast du da gemacht? Das ist eine Infirmary. Ich weiß. Ich habe mich gesehen, dass ich den Wunderschönen gesehen habe. Der Kapitän meinte, dass du meine Hilfe brauchst. Das ist sehr nett von ihm. Aber es ist ein bisschen late. Was hast du gesagt? Der Wunderschönen... Nein. Er noch lebt. Aber ich habe mich gefragt, den Kapitän für Wochen, ... um mich auf eine Mission zu verbrechen. ... um mich zu verbrechen. Ich habe keine Einflögelung. Und jetzt, dass wir eine Wunderschöne verbrechen haben, ... kann nur ein Wunderschönen verbrechen. Und ich kann nur ein Wunderschönen verbrechen und hoffen. Du wirst wissen, was der Wunderschönen verbrechen würde ihm zu verbrechen? Ja, zumindest denke ich so. Es ist eine Wunderschöne verbrechung, die sich verbrechen verbrechen. Ich verstehe. Gib mir die Rezepte. Wir gehen und sehen, dass es vorbereitet für dich ist. Ich danke dir. Denn du bist der Wunderschönen, der Wunderschönen kann das Wunderschönen verbrechen sein. Okay, müssen wir herstellen. Kann ich den herstellen? Wahrscheinlich habe ich das natürlich nicht geskilt, dass ich den jetzt herstellen kann. Oder? Hier? Schlafmittel. Da. Ah, super. Dadurch, dass wir alles sammeln, war das klar, dass wir das haben eigentlich. Ich habe mich jetzt gewundert, wenn wir noch irgendwas besorgen müssten, was es irgendwo auf der Karte immer gibt. Warst du die Wunderschöne gegen die Wunderschönen verbrechen? Ja, ich war es. Können wir die Wunderschönen? Gib es mir. Ich werde es sich umgehen. Wir müssen jetzt warten und jetzt patient sein. Will er es machen? Ich hoffe so. Wir wissen, dass wir bald genug wissen. Diese Wunderschöne ist extrem potent. Und wenn er überlebt, wann können wir ihn mit ihm sprechen? Ich spreche zu ihm. Kommt morgen, am gleichen Tag. Wir werden dann mehr wissen. Sehr gut. Ich komme morgen. Bis morgen. Bis bald. Und danke dir wieder für deine Hilfe. Bis bald. 24 Stunden. Leute, in 24 Stunden sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich für das Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder, ne? Und gucken mal, was der zu sagen hat. Also, haut da rein. Heider 4. Garき? Wir waren doppelgった Job. Ổ은co. Die Sache. Foote tausabyn list. Vielen Dank.